Herzlich willkommen im Museum Ulm zum visuellen Vorspiel zu einer Ausstellung, die wir leider heute Abend nicht eröffnen können. Das Feuer ist aus, aber unsere Leidenschaft brennt für diese Ausstellung, die ganz dem Werk eines Tiroler Fotografen gewidmet ist, Lois Hechenbleigner, den ihr ganz herzlich auch heute hier bei uns begrüßen darf. Es ist eine Ausstellung, die uns entführt in die Alpenwelt nach Tirol und uns konfrontiert mit unseren eigenen Leidenschaften, aber auch mit der Kehrseite des Vergnügens. Herzlich willkommen, Herr Hechenbleigner. Wir stoßen an. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und wir hoffen, dass die Ausstellung irgendwann auch gesehen werden kann vom Publikum. Ganz sicher. Wir haben uns in der Ausstellung auf zwei verschiedene Werkserien geeinigt. Es ist einmal ganz klar der aktuelle Bezug zu ihrem Ischgl-Buch mit Bildern, die einen tiefen Einblick auch geben in unsere Spaßgesellschaft, unsere Konsumgesellschaft, diese Gaudi-Zone. Und dann zeigen wir aber eben auch einen großen Einblick in eine andere Werkserie mit Gegenüberstellungen. Da haben Sie zeithistorische Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, zeitgenössischen Aufnahmen eben von Freizeit und Vergnügen gegenübergestellt. Wie passt das zusammen? Man muss dazu sagen, dass ich selbst in einen Tourismusbetrieb hineingeboren wurde. So gesehen war meine ganze Kindheit Tourismus. Und ich glaube, ohne diese zentrale Erfahrung hätte ich dieses Thema, was ich heute mache, gar nicht machen können, weil es so prägend war, weil eben dieser Wandel von der bäuerlichen Welt in eine massentouristische Welt einfach in mir sehr viel ausgelöst hat. Und was ich da gemacht habe bei diesen Gegenüberstellungen, ich habe jahrelang gesucht nach alten Schwarz-Weiß-Bildern von alten Fotografen aus der Bergbauernwelt. Und über das formale Konzept, über die Formensprache, was in dem Bild vorkommt, habe ich einen Gegensatz gesucht in der jetzigen Tourismuswelt. Also Augenfälliges verwandelt sich in Sinnfälliges. Und wie ein visueller Auffahrunfall über die Form, wie ein Aphorismus, ein Bild-Aphorismus verpackt. Und dadurch kommt man sozusagen wirklich völlig überraschend in die Welt hinein und denkt einmal völlig neu bei uns nach, ob das, was wir die letzten 50 Jahre gemacht haben, richtig war. Was mir wahnsinnig gut gefällt und mich beeindruckt hat, ist tatsächlich gerade in den Gegenüberstellungen, dass sie formal ästhetisch arbeiten. Also eins meiner Lieblingsbilder ist tatsächlich auf der linken Seite eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von drei Spinnerinnen mit den Spinnrädern ganz zentral ins Bild gesetzt und rechts daneben im Fitnessstudio die Fahrräder mit ihren auch kreisrunden Formen. Und das Schöne ist eben, dass sie nicht nur, also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger moralisierend auf diese Phänomene schauen, sondern rein analytisch, aber eben auch mit dem Blick des künstlerischen Fotografen, der formal die Dinge auch aufgreift. Und gleichzeitig entwickelt sich so eine Meta-Ebene. Fantastisch finde ich auch diese Arbeit mit Hansi Hinterseer, der über den See wandelt und nebendran ein Bild. Da können Sie vielleicht etwas mehr dazu erzählen, wo Sie das gefunden haben. Ein historisches, grundhistorisches Werk. Ich habe ja 21 Jahre lang die Fans der volkzümlichen Musik fotografiert, weil die Jodel-Industrie ist in Tirol ja auch etwas sehr Erfolgreiches und alles, was erfolgreich ist, muss man in Tirol ganz scharf hinterfragen. Und Hansi Hinterseer ist natürlich so eine Ikone, weil er sozusagen eine Ersatzprojektion für den idealisierten Schwiegersohn ist. Und in seiner wasserstoffplanten Erscheinung hat er natürlich sehr viel Jesushaftes, Messiashaftes. Und da findet eben ganz viel so eine Zweitprojektion auf den idealisierten Mann statt. Also es ist schon sehr interessant, was da passiert und welche Klischeebilder da hier erzeugt werden. Das ist so eine alpine Kitschindustrie, sozusagen der Karies ist im Lebensraum der Stadt, wo die Menschen sind. Aber da hinter den Bergen, da gibt es noch mal gute Menschen, die auf der Alm authentisch arbeiten. Das ist so ein infantiles Muster der Flachlandseele, würde ich sie mal bezeichnen. Oder jeder Mensch hat irgendwo sozusagen sein Paradies in sich und wünscht sich, wo das Leben noch in Ordnung ist, wo die jährlichen Leute sind. Und das haben die Elbler natürlich auch kapiert, wie ich sozusagen die Unwissenheit der deutschen Seele bewirtschafte. Kommen wir vielleicht auf die andere Fotoserie noch zu sprechen, die wir als Projektion vor allem jetzt in der Ausstellung zeigen, kombiniert auch mit einer Installation aus abgesägten Skischuhsohlen. Was wir zeigen, sind eben die Fotos aus dem Buch Ischke im Steidl Verlag erschienen im Frühjahr, passend natürlich zum ersten Lockdown der Corona-Pandemie. Gegenüber gestellt dieser Projektion haben wir zwei Videos, die was Dystopisches haben. Die haben was unglaublich Frustrierendes auch, zeigen einfach die Kehrseite der Spaßgesellschaft, den Müll, den wir produzieren. Wie geht es Ihnen mit diesen dystopischen Bildern, mit diesem Zersetzungsprozess, der sich da breitmacht? Tourismus besteht ja aus zwei Bühnen, die Vorder- und die Hinterbühne. Der Gast betritt die Vorderbühne, konsumiert sozusagen seinen Urlaub und dann bleibt was zurück auf der Hinterbühne. Ja, das sind Bilder, die sind normal nicht einsehbar. Und das ist eigentlich etwas, was ja mein Hauptthema auch ist, diese Hinterbühnen zugänglich zu machen und diese Bilder dann irgendwann in den Vordergrund zurück. Und die Wirtschaft spricht ja nicht von Menschen, sondern von Konsumenten. Alleine in dieser Terminologie sehen wir eigentlich auch die Entfremdung gegenüber dem Menschen. Das heißt, der Konsument bedeutet ja nichts anderes als Nutzmenschen in Bodenhaltung. Homo economicus. Und das heißt, in dieser radikalen, seelenlosen Beschreibung, so würde ich sie bezeichnen, muss eigentlich diese Wahrheit auch irgendwo ihr Bild finden. Und das soll ja auch die Kunst machen, einfach uns zum Nachdenken bringen, uns zur Reflexion bringen. Es geht nicht darum, nur mit einem Zeigefinger zu zeigen, das ist gut und das ist schlecht, sondern dass wir in einen Nachdenkprozess kommen, wie wir Menschen ganzheitlich leben oder wie wir uns letztendlich auch benutzen lassen von der Werbeindustrie. Und ist das, was wir machen in der Freizeit, wirklich das, was wir selber wollen oder wurde uns diese Software einfach von klugen Verkaufspsychologen sondern zwischen Groß- und Kleinhärten hineingespielt.